Ja, da muss man sagen, das ist natürlich Marine Look total. Warum? Ich finde Streifenkleider machen einfach Sinn. Auch in einem Streifenkleid kann eine Frau in etwas Plus Size toll aussehen. Ich finde hier steht das beste Beispiel dafür, dass das sehr wohl funktioniert, wenn es gut geschnitten ist. Streifen und Plus Size gehören für mich zusammen, wenn die Streifen gut verlaufen. Das heißt, wir haben sie hier längs verlaufen lassen, oben. Unten laufen sie quer, aber genau da, sozusagen die Hüfte und der Bauch ist, laufen sie etwas schräg. Und das ist genau das Geheimnis. Man kann Streifen nutzen, man muss sie nur ein bisschen versetzen. Und dann kann auch ein breiterer Streifen eine sehr schöne Silhouette machen. Wir haben es schräg geschnitten, so ein bisschen Bauchschmeichler hier, haben diesen kleinen Gürtel dran gesetzt. Ich mag das Dekolleté gerne, das kann man auch ein bisschen runterziehen, hat eben überschnittene Schultern, hat eine gute Länge. Das ist ein Sommerkleid mit dem Kleid hast du wirklich Lust in Urlaub zu fahren und es ist ein Kofferkleid. Das rollst du zusammen, macht es auf und sieht immer toll aussehen.